es stammt ein haus in resident evil hi ich bin's euer rilwe und willkommen zurück zu resident evil 7 wir haben das letzte mal aufgehört als wir daddy jack wie auch immer der heißt begegnet sind und er uns mal seine donut skills in der garage gezeigt hat so ohne viel gequatsche weiter geht's ich hoffe euch geht's gut ja also ich habe ein bisschen sorry für mein felsich mal wieder an meinem setup umgeschraubt vielleicht werdet ihr es merken überhaupt ich weiß es nicht nämlich meine webcam war nicht ganz synchron mit meinem audio und das ganze habe ich jetzt vorläufig behoben es ist nicht die beste lösung aber ich bin offen für vorschläge hilfe und so weiter tipps und tricks wenn ihr was wisst schreibt mir in die kommentare lasst es mich wissen ich werde jetzt auch heute mal das licht ablassen damit ihr mich gescheit seht ich weiß nicht wie das ist so wollt ihr das so haben soll ich ausmachen klar mein hässliches gesicht ne so zurück sind wir ich muss das erstmal wieder gucken wie das alles ging hier r1 r1 war heilen nicht mehr drücken ich habe jetzt wahrscheinlich alle meine heilmittel raus geschmissen kraut brauche ich ja klasse was ist das ok habe ich eigentlich irgendwas eingelagert führerschein e mail münze ok dann schauen wir mal was uns erwartet hier hallo also wir haben das letzte mal als wir hier waren haben wir diese große tür darauf gestört weiß nichts die hier da erwartet uns jetzt so eine große ja wie soll ich sagen empfangshalter wie ähnlich wie im herrenhaus aus dem 1er das ist klar shoot me shoot me antike wütze war ja klar dass jemand anruft obacht kein anschluss unter dieser nummer mein daddy ist geschwäge macht das ist dein vater das war einmal es tut mir leid aber er ist jetzt tot das fängt an ich kann es jetzt nicht erklären du brauchst vielleicht irgendwelche schlüssel aber du musst einen weg aus dem haus finden ok ich werde mich wieder sure machen wir doch hier ist abgeschlossen was brauchen wir denn 1 das sieht aus wie 3 so hundeköpfe was auch immer kann ich das eigentlich wo so das füge ruhig skorpiontür irgendwo hat ein uhrpendel gefehlt so jetzt muss ich wieder zurückdenken was war denn das jetzt so wir haben flüssige chemikalie eine flüssigkeit die erst mit anderen kombiniert werden muss um nutzbar zu werden beides ach ok ich habe gedacht die hat eine andere farbe schießpulver mit flüssiger chemikalie kombinieren ich habe doch schießpulver ich habe beides hier geil so nun kann ich die waffe nehmen nachladen zack 10 Schuss ok hier geht es hoch eine Schrotflinte ja herr mit dem Zeug ok die kann ich nicht nehmen ja ist ok das heißt ich brauche irgendwas um dem wieder das in die Hand zu drücken so wo war diese diese Uhr noch einmal in der Küche hier war doch eine Uhr du Kopf ah ok das ist der erste ach du jetzt passiert was Die Hähnchenkolle ist noch frisch. So, seht zu, wie jetzt was passiert. Die Oma. Du bist so scheiße gruselig. Okay, die hat die Augen offen, aber die scheint mich nicht zu sehen oder was auch immer. Keine Ahnung, die hört mich nur, der ist stumm. Hier ist zu, brauche ich irgendeinen Schlüssel, aber jetzt. Okay, irgendwas, draußen ist da nur noch. Hallo. Ach, das ist die Mama. Das ist die Mama. Nix interessantes. Was war das? C2. Hier ist zu. Weiter geht's. Hier liegt ein Tape. Okay. Hallo. Schießbar. Yes. Steckt nix drauf. Der Werderbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mich einfach mal... Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. Lukas! Wer ist Lukas? Da ist wieder... Da ist wieder... Das war ein Dödel. Plus antike Münze. Sehr schön. Das wäre so ein... Ein güldener Körper. Eine Skorpion-Tür. Okay. Okay. Das scheint... Wahrscheinlich mit dem Skorpion-Schlüssel dann verschlossen zu sein. Das Mia-Tape. Okay. Mia-Sex-Tape! Hallo? Ah! Eben. Ja. Definitiv. Aber ich will, dass du weißt. Und es war nicht ich. Ich weiß... Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja, bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady! Mein Schatz! Ich darf nicht... Okay, das bin ich... Okay, okay, okay... Puppen... Ich hasse Puppen, übrigens. Oh! Schnell weg hier! Warum geht die Tür zu?! Nein, in andere Richtung... Was für ein Psycho-Kind bist du?! Alter Schwede! Oh fuck, oh fuck, oh fuck Oh nein Nein Ist die hässlich Bin ich tot? Ja Diesen Scheißgang habe ich gar nicht gesehen Vor Margarita verbergen Ach, okay, die Mama ist die Margarita Margarita Arriba Finden Sie Plätze zum Verstecken? Nicht von Margarita Es ist dunkel wie Scheiße Ich sehe überhaupt nichts hier in dem Raum Ich komme dann immer raus Sie kommt Mein Herz Ich habe eben gedacht, sie ist weg Ich bin hier gar nicht drin Mach die Tür zu Mach die Tür zu! Danke Kann ich eigentlich hier rein? Nee Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt Erst Mia, dann der Vater und jetzt die Alte Wo kommt's? Zoe also Okay, Zoe scheint irgendwie gegen die Familie zu sein oder was? Oder mir helfen zu wollen Du siehst nichts Raus Alter Schwede Okay Oh Ohne zu lügen Ich hatte gerade Gänsehaut Oh Scheiße Ich habe nicht erwartet, dass die so schnell da ist Fuck Alles wieder nur, weil ich so neugierig war Die kommt nicht ernsthaft hierher Ich werde nicht meine Babys zum Fahrt vorwerfen Und den Garten mit den Überraten stimmen Oh, ja, 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 ja Prost Okay Das sieht ja schon mal gut aus Schnell raus hier Schnell raus hier Natürlich drücken wir uns durch die engsten Spalten durch Oh Hallo Geht nicht weiter Okay, doch Da war doch vorhin das kleine Mädchen Mein Herz schlägt noch immer, gell? Nein Verdammte Scheiße Sie nach rechts Ich nach rechts Ich will dich gar nicht sehen Soll ich gehen? Nein, 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 zu früh Uuuuh 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 Gott, diese hässliche Frau Uuuuh Ich will dich leid, deine Spielchen zu spielen Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Uuuuh Uuuuh Verschwinde einfach Uuuuh 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 Oh, scheiße Sie kommt nochmal Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll Ich werde jetzt bei der nächsten Rotation einfach laufen Angepisst ist er auf jeden Fall, schau mal Alter Jetzt gibt es aber Gas Okay, weg, 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 weg Oh nein Hörst du das gehört? Uuuuh 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 Da ist jemand aber angepisst Uuuuh 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 Ich glaube ich bin am Arsch Uuuuh Oh nein Es ist dunkel Wie die Sau Uuuuh Uuuuh Uuuuuh Du hast schlechten Atem Uuuuh Uuuuh Du hast schlechten Atem Ich liebe dich Uuuuh Was haben sie dir angetan, Nia? Oh, es geht weiter. Ja, das freut mich auch. So, Moment, Moment, Moment. Wir waren doch irgendwie. Da sind wir hergekommen. Da kommen wir nicht raus. Da ist der Wohnwagen von der Verrückten. Da vorne waren wir vorhin. Oh. Was wollen wir das? Der Schlüssel des Autos. Mehr habe ich immer noch. Ich habe dich gehört. Das klingt, als wäre... Nee. Doch, Kräuter. Sehr geil. So, erstmal. Ein Krauts. Und ich habe noch einmal Schießpulver. Habe ich noch eine Chemikale? Nö. Ah, ein Bad. Klasse. Das sind meistens so Räume, wo was passiert. Das ist das Teil, okay. Das ist das Ding, das wir brauchen. Yes. Da hat jemand eine antike Münze geschissen. Was mache ich, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Hallo, wie geht's? Oh, shit. Alter. Alter. Verdammt. Alter, schweb. Uh. Da werden uns jetzt wieder Munition kosten ohne Ende. Hab dich! Ah, Scheiße! Meine Treffgenauigkeit Das war's schon wieder? Das gibt's doch nicht Nee? Ich hab gern was, dass er noch nicht tot ist. Alter Schwede! Wow! Der ist ja schon hinter mir! Alter! Ach, nein! Er hat mich! Du es! Danke! Okay You are dead! Warum schreiben die das eigentlich nicht auf Deutsch? Unsterblicher Jack Die Tipps bekommt man immer danach Here we go again! Soll ich das mal etwas Fokussierter Oh, bleib doch stehen Ah, ich hab nix Ah Verdammt! Okay, okay Äh Wo geh ich denn hin? Ins Wohnzimmer Nee, in die Befangstalle Huh Huma, hilf mir! Die ist gar nicht mehr da Was hat's mit dem Bild auf sich hier? Okay, back on track! Wir haben jetzt hier diese Holzstatue Dann können wir hier Irgendwie Wie So Ha 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 Allerdings Das sieht aus wie Limonade Komm schon Komm schon Also wenn ich da drin wäre Niemals 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 Ja, ganz lieblich Ja, schön Alles toll Es ist anscheinend wirklich so, dass die Türen verschlossen sind mit Raben, Spinnen und so weiter Finden sie ein bisschen mit dem Psycho Ich hab's nicht mal lesen können Flüssige Schämmerge Yes Ah Munition 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 Was hab ich denn jetzt noch? Psycho Dronikum Arzneimittel Das kurzfristig Kurzfristig die Sinne Schärfen durch die Objekte einfach aufführen können Yes Das hört sich doch schon mal geil an Aber wir brauchen sowas Hier Ein guter Zigeuner Instinkt findet alles Crowds 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 So, hier komme ich wahrscheinlich nett raus Was ist das? Da komme ich nicht her Oh, ich hasse diese Türen, gell? Was ist denn das eigentlich hier? Irgendeine Kiste Kannst du denn die Geräte verwenden? Klar Ach, das ist alles, was ich tragen kann Die Kasse ist ja klar Yo, was haben wir denn da? Oh, was auch immer Das hat ja solche Zähne Das hat ja solche Zähne Drehen Ha Uh, lecker! Die Lunchbox Was ist da drin? Okay, anscheinend kann ich es aber wirklich nicht bedienen Benutzen Okay Fertig Oh! Schießpulver Ticke Münze Sieh an, sieh an Unterm Tisch So, da kommen wir her Da gehts weiter Was ist das? Das könnten alle diese Opfer sein Oh Gott, hier siehts aus Als hätte einer die Wände voll geschissen Heiliger Sch- Oh! Oh! Das ist das Ding von dem Bild Oh! Verdammt, 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 verdammt Verdammt, verdammt, verdammt Der Gott meine Munition Hol mich, hol mich Geil, ich hab's Willst das Ding wenigstens noch was holen? Nein? Okay das geräusch das kommt über alle her das ist noch mehr hallo ok skorpionsschüssel habe ich nicht hier geht es runter ein safe raum das stimmt mit mir nicht muss an den mist liegen wenn sie mir rein würden wenn ich schon drauf gehen muss würde ich zumindest im kampf untergehen ich werde mir die flinte schnappen die ich im freizeitraum gesehen haben die werden noch freuen was sie mir angetan haben das war vielleicht der travis eben also hier gibt es noch einige schubladen und kistchen die man aufmachen könnte munition gut aber wenigstens haben wir jetzt einen safe raum ok das war alles was ich an zeit für heute mit gebracht habe ich versuche in zukunft etwas häufiger videos hochzuladen so gut das geht sagt mir was ihr denkt soll ich so weiter machen bezüglich licht mein dialekt das ist noch so eine sache ich bin pfelser ja und ich weiß nicht ob ihr das lustig fändet wenn ich pelzig retten würde sagt mir was ihr denkt und ich will da tschau